Hallo Leute und willkommen zurück in diesem neuen Video und zwar heute einen Vlog. Ich vlogge ja nicht ganz so oft, aber ich habe es mir öfter vorgenommen und heute passiert was, was cool ist. Deswegen würde ich sorgen, ich nehme euch mal mit. Und zwar wurde ich eingeladen zur Preview, zum Screening, ich weiß nicht wie man das wirklich nennt, für den Horizont Sonar und ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe so viel gehört und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil seit der Trailer raus ist, bin ich total gehypt und freue mich richtig auf den Film und vor allem liebe ich die Schauspieler, die mitspielen, ich finde sie super sympathisch und bin sehr, sehr gespannt, weil der Trailer sieht so gut aus und das ist nach einer wahren Begebenheit und das hat mich richtig gecatcht. Also wirklich, das andere war alles sehr cool, aber diese wahre Begebenheit und dass die Autorin die Hauptprotagonistin ist, hat mich so gecatcht und demnach bin ich so gespannt auf diesen Film. Es sind heute alle Darsteller, also nicht alle, das sind drei Darsteller da, der Yannick Schünemann, Schünemann, genau die Luna Wedler und Luisa Belfort, Belfort, ich weiß nicht, wann sie auch spricht, aber die hat bei Club der Rote Bänder mitgespielt und alle drei sind so unglaublich hübsch, es tut fast weh. Ich verlinke euch mal die Instagrams von den dreien unten, falls ihr euch die mal angucken wollt, weil super hübsche Menschen. Und genau, bevor wir zu diesem Special Screening rein dürfen, beziehungsweise den Film sehen, gibt es noch so eine Art Jahrmarkt, haben die da wohl aufgebaut, ich bin sehr, sehr gespannt und ich habe erst gedacht, ich kann nicht hingehen, jetzt konnte ich hingehen und ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich habe schon soweit mich fertig gemacht und ich warte jetzt noch eine Stunde, dann kommt eine Freundin vorbei und dann gehen wir zusammen dahin und ich bin sehr gespannt, weil, ja, ich weiß nicht, was mich erwartet so recht, beziehungsweise ich weiß, wie die Geschichte endet, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob es mit dem ersten Teil schon so endet, aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall und, ja, wie sie es umgesetzt haben und ich nehme euch mit und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir auf dem Weg sind und bis gleich! Wir sind jetzt bei der Premiere, ich hoffe, man hört überhaupt was und Daniela's Aufgabe hier ist, nachdem sie verschlafen hat, eigentlich nur Süßigkeiten abzustauen, was hast du denn noch alles? Ähm, also Bratwandel, Gummibären, ja, Zwarf! Zwei Mal Gummibären, oder? Zwei Mal Gummibären! Und es kommt noch mehr, weil Popcorn kriegst du auf jeden Fall auch noch! Also eigentlich ist das heute dann die Letzte Aufgabe, aber ich habe das schon gesehen in der Einblendung, das ist super süß gemacht, hier sind überall die Jahrmarktstände, und wir stehen genau hinter Dosenwerfen, das ist gefährlich! Und wir warten dann hier, bis der Film losgeht und Daniela soll mit noch ein paar Süßigkeiten! Wie fühlst du dich? Er ist so schön! So Leute, ich bin zurück aus dem Kino und wollte euch nur eine kurze Zusammenfassung geben, wie mir dem Horizont so nah gefallen hat. Ich habe ja tatsächlich das Buch nicht gelesen, demnach ist es für mich super schwer, das zu vergleichen, aber für mich war der Film sehr emotional. Ähm, nicht so emotional, wie ich gedacht hatte, ich dachte, ich weine mehr, ich habe tatsächlich nicht geweint, aber trotzdem war es ein sehr emotionaler Film, gerade weil die Geschichte so wahr ist. Janik Schienmann und Luna Wedler, oh Gott, ich hoffe die heißen so, haben das so toll gemacht, die haben die Charaktere wirklich gefühlt, man war dabei. Tatsächlich fand ich die Geschichte irgendwie ziemlich durchgerusht, also es ging ziemlich schnell, demnach war, glaube ich, auch die Emotionen so ein bisschen bei mir verloren gegangen. Also ich finde, es ist keine gleiche Stufe wie das Schicksals der Mieser Verräter, aber es ist trotzdem unglaublich schön. Also ich habe dem Buch jetzt vier sozusagen von fünf Sternen gegeben. Er ist auf jeden Fall sehenswert und gerade für die Leute, die das Buch geliebt haben, die werden auf ihre Kosten kommen. Aber ich glaube, dass halt Leute, die jetzt so wirklich die super dramatischste Geschichte erwarten, obwohl ich immer sage, Daniel meint auch, es war hier nicht dramatisch genug und eigentlich war es so dramatisch, wie es nur geht. Gerade dafür, dass es eine reale Geschichte ist, will ich eigentlich gar nicht mehr anmaßen zu sagen, dass ich es nicht dramatisch genug finde. Und ich fand es auch sehr dramatisch, aber irgendwie kam es bei mir nicht ganz so rüber. Demnach habe ich halt auch nicht geweint, obwohl ich voll die Heulsuse bin. Und ja, es ist schwer zu sagen, warum ich nicht geweint habe. Für mich war es halt dadurch, dass es gerusht war, ist viel von den Emotionen so ein bisschen eingesackt, obwohl ich sagen muss, es war halt durchgehend schon dramatisch. Und vielleicht ist es auch, dass man das Gefühl hat, es war so wenig Drama, weil es halt nur dramatisch war. Aber so ist das Leben halt manchmal und demnach möchte ich mir eigentlich gar nicht anmaßen. Wie gesagt, diesen Film zu bewerten, weil es halt eine echte Geschichte ist. Und ich möchte keine echte, so tragische Geschichte bewerten. Gerade ich als Mensch, der vielleicht noch nie jemanden so sehr geliebt hat und dann verloren hat. Also so einen Menschen, mit dem man auch eine Partnerschaft geführt hat. Demnach finde ich es sehr, sehr schwer, das zu bewerten. Aber ich habe dem, wie gesagt, jetzt 4 von 5 Sternen gegeben. Die Schauspielleistung ist, ohne darüber zu diskutieren, grandios. Ich habe alles abgekauft. Die sind super gut gecastet für die Rollen. Und ja, es war mir eine super Ehre dabei zu sein. Ich habe euch probiert, ein paar Einblicke zu geben. Ich würde gerne mehr dazu sagen, aber wie gesagt, ich möchte es eigentlich nicht bewerten. Und umso trauriger bin ich auch, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Aber ich werde es hoffentlich jetzt nachholen bald noch. Ich wünsche mir auf jeden Fall zu Weihnachten. Und hoffe dann, dass ich nochmal Jessicas und Dannys Story, vor allem Dannys Story, nochmal lesen kann. Und mir haben ja auch ganz viele geschrieben, dass die zweiten und dritten Teile auch sehr lesenswert sind. Und demnach hoffe ich, dass ich das dann auch nochmal machen kann. Und ja, falls ihr den Film schon gesehen habt und vielleicht auch das Buch gelesen habt, würde mich eure Meinung unglaublich interessieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob der Film wirklich mit dem Buch mithalten kann. Oder ob das Buch noch krasser ist. Oder ob da noch irgendwas passiert. Und ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kurze Vlog mit dieser kurzen kleinen Review. Ich glaube, ich habe ja auch bei Instagram schon sehr viel gesagt dazu. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne machen. Das ist at1000patchesoffangirl, also genauso wie hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Falls ihr noch ein anderes Video sehen wollt, das gibt es einmal hier. Und darüber könnt ihr mich abonnieren, falls ihr wollt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!